so wo ist der gute genau da ist ja der gute und wir erinnern uns an den traum von anfang der aufnahme session wo er uns verhüllt hat was wird euch hierher kindeskuchen ich bin sehr beschäftigen muss ich bin eurem besuch an der markt zustatten ok was wollt ihr nichts leichter als das gut und nichts haben wir jetzt ganz einfach gut runter gehen ohne dass was passiert der herr des todes wird sterben haben sollen nicht nein gut dann gucken wir uns erst in den oberen stockwerken nichts leichter als das bevor wir uns voll coverers an quatschen lassen beinahe und beinahe unter meiner würde mir sehungsweise wir schicken dann haben am besten einfach immerhin in den ersten stock und dann werden wir weiter sehen das erste mal sind hier privat gemächer das ist der fünfte stock also haben also den fünften den vierten den dritten den zweiten und den ersten stock zum untersuchen gut hier haben wir korreons zimmer ein brief an mich wenn wir gleich lesen können wir haben weil die einige buch nicht mehr haben will kriegt das mal karlit minsk auch wenn sie wie viel bringt da wahrscheinlich zum lesen na gut lesen kann er wahrscheinlich aber es kann es nicht verstehen was da drin steht ok der rest scheint verschlossen zu sein ist der harem des wissens der menschheit wenn ihr die schriftrolle haben habt solltet ihr mit tetrille sprechen er wartet oben auf euch die schriftrolle liebe thalyser wenn du diese zeilen liest wird mich bereits ein frühzeitiger tod erhalter ich möchte dich bitten nicht um mich zu trauern doch der gedanke dass du es dennoch tust erwärmt mein herz agorium war ein sehr netter mann in diesem brief stehen dinge die ich dir vielleicht schon erzählt habe wenn man tut jedoch zu früh gekommen ist hätte ich nie mehr die gelingenheit gehabt sie dir zu erzählen als erstes muss ich dir sagen dass ich nicht dein leiblicher vater bin denn diese ehre steht einem gewissen wahl zu der bar von dem ich spreche ist derjenige die du als gottheit kennst die du als gottheit kennst in einer zeit der krise bekannt unter dem namen zeit der unruhen manche sagen auch zeit der sorgen als die götter durch verruhen wanderten musste auch baal eine sterbliche in eine sterbliche hülle schlüpfen durch irgendetwas wurde er gewarnt dass er sterben müsste aus mir unbekannten gründen suchte er sich frauen jeder rasse aus und nahm sie sich deine mutter war eine dieser frauen und wie du weißt verstarb sie bei deiner geburt ich war ihr freund und als auch ihr liebhaber das wollte ich jetzt nicht unbedingt wissen wobei das vielleicht etwas schlecht ausgedrückt ist also wahrscheinlich war die beiden pärchen also fühlte ich mich verpflichtet dich als mein eigenes kind aufzuziehen ich habe dich immer als mein kind angesehen und ich hoffe du siehst mich immer noch als deinen vater an du bist ein besonderes kind das blut der götter fließt in deinen adern wenn du von unserer großen bibliothek gebraucht machst wirst du herausfinden dass er landlose stammvater viele prophezeiungen über das kommen der nachfahren bals getroffen hat es gibt viele die dich zu ihren eigenen zwecken missbrauchen wollen die grösse verbrüchse ich hinter einem mann namens sarivok er ist er hat hier in kerzenburg studien betrieben weshalb deshalb viel über dich und deine vergangenheit das ist jetzt erst einmal ein schock für thalisa ja das war nichts leichter und gucken wir uns erst mal weiter auf dieser ebene um thalisa ist also die tochter von bahl und falls ihr euch noch das buch was ich nicht mehr habe was wir von unserem einen freundin berikos gekriegt haben als wir die schicksalsmütze gegeben habe war alles der gott des mordes ein priester des okma umschließend das wissen der welt könnt ihr mir sagen wo ich die trüge finde die trüge sehr beschäftigt kennt seinen terminplan ich tut mir leid okay und zwar wurden ja in diesem buch drei götter erwähnt einer war ein gottes krieges das nahe ich vergessen habe der zweite war mir cool der gottes tod der toten der sich also die toten gekümmert hat und bahl war der gottes mordes der mir cool die toten gebracht hat sozusagen also der war der schlauste von den dreien entscheide dass ich das buch nicht mehr habe gut also ich soll noch mal mit sessori sprechen der oben wartet jetzt wo ich die schriftrolle habe ich bin sehr stolz auf euch der sagt aber nichts mehr zu uns gut da haben wir uns umgeschaut nichts leichter als das können wir uns hier mal umgucken das ist nur ein okma priester du da siehst aber interessant aus hinter der liga schiesstahl von dem haben wir schon gehört von dem hat uns einer der anderen münche gewarnt der immer so nervös war und sich nun verändert haben soll kann ich euch behörflich sein also verboten wir mal einen doppelgänger hinter ihm lässt mich in ruhe fremder ich habe viel zu tun erkennt ihr mich nicht ich bin talisa aber sicher talisa ich habe euer gesicht nicht wieder kann tut mir leid ich hoffe dass eure reisen angenehm waren im antelwald kannst du dieser jahr ist ziemlich kalt werden entschuldigt mich jetzt bitte ich muss gehen woher wisst ihr dass ich in dem antelwald gezogen war ich habe in der gegend verwandte die haben wohl gesehen haben euch wohl gesehen und mehr nachricht über eure fortschritte gesandt aber schießt ihr habt noch nie eine familie erwähnt wir haben uns auseinandergelebt und ich sehe und sehen uns nur selten er hätte das nicht hier zu erwähnen brauchen ich muss jetzt wirklich gehen ich habe im moment einiges zu tun ich glaube ihr lügt mich an schiesstahl ihr seid nicht mehr der mann den ich kannte ich kann euch nur raten mich in ruhe zu lassen dieses spielchen wird mir nämlich langsam langweilig nehmt eure fragen verschwindet affe ok er wird aggressiv oh nein ich habe noch viele fragen die erste wer seid ihr wirklich ich bin euer tod durch das fleisch ja ok da haben wir einen großen doppelgänger der jetzt zaubert und jetzt kann er nichts mehr zaubern ok gut wie sieht es eigentlich so mit pfeilen aus ihr wollen könnte falsche pfeile so jemand könnte wieder welche gebrauchen wir haben ja dann noch die pfeile und die pfeile hier die wir dann als nächstes mal auf brauchen sollten ja hier hat leider keine schleuderkugel mehr das heißt wir müssen mit denen auskommen die wir da haben und wir haben gerade einen großen doppelgänger hier in den im hause enttarnt das bedeutet wir müssen aufpassen dass sie nicht noch mehr sind könnten theoretisch alle möglichen die leute durch doppelgänger ersetzt worden sein ihr braucht meine wieso werden sich der ließ war das weiter so süß ja nichts leichter als das was hier auch verschlossen da oben ist wieder ein mönch der nicht wie ein obma priester aussieht ein gelehrter zu spät zu meinem unterricht und schreiben mich wirklich beachtet haben sollte aber ich bin gerade ziemlich beschäftigt ok hier sind nur ein paar wertlose magie schrift rollen und die ja die sammle ich nicht ein wir haben nämlich genug gold geschichte fürsten ich suche eigentlich hauptsächlich dieses buch des vergessens wobei ich nicht immer noch nicht dann glaube dass es existiert was wirst du für ein buch geschichte der drachenküste das klingt interessant du bist die geschichte von kelben der fürst von tiefwasser den habe ich ja glaube ich schon mal erwähnt der gehört zu den drei mächtigsten magiern neben elminster dem wir ja hier schon mal ein paar mal begegnet sind was ist darin geschichte des mondsees das brauchen wir auch nicht das buch da ist verschlossen da ist auch verschlossen was ist hier schmieren warum auch immer da ein schwein abgebildete sehen weil sieht es aus wie ein schwein irgendwie fast schon ein bisschen diskriminiert und hier ist nur ein bett und nachttisch ok das war der fünfte wie das war der vierte stock was wollte nichts leichter als das so beinahe unter meiner würde ok jetzt haben wir hier den dritten stock glaube im dritten stock sollten sich die die anführer des eisentons aufhalten also sollten wir hier ganz vorsichtig sein die geschichte die geschichte des schattentals die fürstenlose zeit naja das brauchen wir nicht unbedingt wieso eigentlich das buch des vergessens die geschichte du bist wer auch über das ist also ja es gibt verdammt viel hintergrund story und so weiter das ist eigentlich ziemlich klasse gemacht gelehrte mal wieder einer geschichte neuere brauchen wir auch nicht wirklich das wollte ich jetzt eigentlich nicht meine lieben freunde wie man schon sagt er kennt man den wahren gentleman an seinen manieren wenn ihr beweisen wird dass ihr ein gentleman seit dann verschwindet lieber nur wenige leute können es sich wirklich leistend ausfallen zu werden ihr gehört nicht zu dieser sorte gibt bevor es zu spät ist und mein äußerst reizfreie gefährte brunas die geduld verliert ihr seid ihr anführer des eisentons wir sind die jenige die euch in den letzten wochen so viel ärger gemacht bereitet haben wir wissen was ihr schilder für und bald wird es auch herzog eltern wissen ihr seid und ihr seid doch noch dumm genug das zuzugehen junger mensch erfährt vielleicht der bibliothek sich einen unterstupf aber sobald dieses verlasst gibt es keinen sicheren ort an die ihr fliehen könnt wir gehen doch glaubt nicht dass ihr uns nie mehr seht bei weitem ich bin wäre es mir wie die probleme ganz einfach hier und jetzt lösen würden also talisa ist im augenblick gerade ein bisschen wirklich stinkig hier sind die leute die für die ganze scheiße der sie steckt verantwortlich ist also dass wir unsere waffen entscheiden das ist im höchsten maße abscheulich mit einem starken sprüchen wollte doch nur darüber hinwegtäuschen wie schwach in wirklichkeit zeit selbst wenn ihr uns in diesem kampf besiegen würdet wie denkt ihr wohl würdet ihr aus der burg kommen und dann gab ihr vielleicht die mönche würden tadellos zu sehen wie ihr alle dieser festung tötet macht kreis aus ihnen jungs ja okay da ließ er fliegt erstmal fliehen mit dem fliehen ich will mich nämlich eigentlich nicht mit denen anlegen ich dachte dass ich euch hier irgendwo finden wird gestattet nicht dass ich mich vorstelle aber aber bitte doch ich heiße kovaras aber früher ich habe für einen vater gearbeitet und seinen hafenfreund in tiefwasser nachrichten überbracht vor seinem tod vertraut er mir diesen ring an und bat mich ihnen euch zu geben wenn ihr jemals wenn ich mir jemals etwas zu stoßen sollte neben den an und welches unglück befiehlen kovaras ihr wart dort ihr habt alles gesehen eine frau eine bewaffnete gesteilt und zwei kollenschwingende oka aber ganz lächerliche magie der vielleicht gerade unseren vater hat ein wenig gegen sie hat fähig gegen sie genützt oder und ihr seid mit eingezogenem schwanz weggelaufen und habt euch bis zum tageshandbuch im wald versteckt und jetzt ist es ist es soweit oder der eisensohn ist zum greifen nah und ihr könnt rache für diese nacht nehmen ihr habt recht kovaras ich war dort ich selbst mein vater und vier andere die versuchten uns zu töten aber wo wart ihr wer ihr soviel davon wisst zwei 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 Vielen Dank.